Official Toti-Kart-Design. Habe ich auch noch nicht gesehen. Will ich mir mal reinziehen. Also guck mal hier, meine Kamera ist schon mal perfekt dafür eingerichtet. Ich finde das sieht so geil aus mit diesen Kristallen und dem Gold. Sieht schon cool aus. Aber das sieht schon, finde ich, so ähnlich aus wie bei FIFA 20, wo ich Ronaldo gezogen habe, finde ich. Das sieht geil aus. Das sieht schon ähnlich aus. Aber sieht schon sehr geil aus. Was sagt ihr? Ich finde das Design mega. Messi, haben wir Messi mit WM-Pokal hin.